Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Black Friday 2021. Hier kommt der nächste Deal für euch. Der ist super interessant für alle, die schon immer mal Deckenlampen smart machen wollten, allerdings hierfür wirklich kein Vermögen ausgeben wollten. Vierer Set für 30 Euro von E27er LEDs der renommierten Marke Narrows. Link ist einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Schlagt hier auf jeden Fall zu, wenn ihr diesen Deal wahrnehmen wollt. Wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam an, was diese Glühbirnen leisten und für wen sie sich vor allen Dingen am Ende eignen. Marrows ist mittlerweile eine wirkliche Institution. Ich persönlich habe den Hersteller sehr zu schätzen gelernt in den vergangenen Jahren. Das Sortiment ist immer weiter fortgeführt worden, kann man fast schon sagen. Hier mittlerweile auch sehr viele Produkte, die Homekit-fähig sind und natürlich auch dementsprechend für alle Apple-Fans unter euch interessant werden. Was allerdings diese Glühbirnen hier ausmacht, ist natürlich einmal, sind sie sehr, sehr schön einzusetzen durch den E27er Sockel in alle Standardfassungen eigentlich ohne Probleme. Sie sind Amazon Echo, Google Home kompatibel und bieten ein wirklich interessantes Farbspektrum. Einrichtung ist kinderleicht via WLAN, das heißt sie benötigt hier keinen externen Hub. Könnt ihr die Glühbirnen direkt schon starten, anfängerfreundlich und vor allen Dingen übersichtlich in der App einmal kreiert. Dort könnt ihr dann auch anhand des Farbkreises einmal die gewünschten Farbtemperaturen einstellen und das selbstverständlich auch von überall in der Welt. Habt ihr die Glühbirnen einmal eingerichtet, könnt ihr auch Szenen festlegen. Ihr könnt diverse Verkopplungen stattfinden lassen, so wie jetzt beispielsweise auch mit der Sprachsteuerung Amazon Echo und Google Home. Und auch das funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Lampen schalten sich mit minimaler Verzögerung, also wirklich fantastisch ein und aus und ist definitiv ein richtiger Hingucker. Ich persönlich finde die Verarbeitung zeigt sich letztendlich meist in der Farbqualität. Und hier sind diese Glühbirnen tatsächlich fast die führenden. Man hat hier mit Techkin so ein bisschen den Konkurrenzkampf. Allerdings kann man tatsächlich sagen, Marrows ist auf dem gleichen Level und macht das hier sehr, sehr gut. Farbtechnisch wirklich super schön und auch mit anderen Farbglühbirnen wirklich wunderbar zu kombinieren. Am Black Friday gibt es das Vierer Set für euch heute für 30 Euro. Das heißt, wenn ihr das haben wollt, schlagt hier definitiv zu. Link ist für euch, wie gesagt, unter diesem Video in der Infobox. Habt ihr Fragen? Gerne einfach alles in die Kommentare schreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.